hallo hier ist dieser paul mit dem thema mit nethawks ermitteln wie viel bandbreite die einzelnen prozesse nutzen inzwischen gibt es viele verschiedene netzwerk monitoring tools unter linux auf der webseite nethawks.sourceforge.net findet man informationen über das einfach zu bedienen der open source netzwerk topkommando für die konsole das programm wird per paketmanager installiert bei linux auch in der kommando zeile mittels kommando sudo apt-gt install nethawks mittels sudo und nethawks wird das tool gestartet und man kann erkennen welche prozesse viel bandbreite nutzen und welche prozesse eher weniger drückt man die taste q wird nethawks beendet tippt man ein sudo nethawks und anschließend eine bestimmte netzwerkschnittstelle zb eth1 so wird nur diese schnittstelle überwacht standardmäßig wird nethawks jede sekunde aktualisiert durch minus d kann man die wartedauer zwischen den aktualisierungen bestimmen zum beispiel minus d 3 für drei sekunden also gibt man ein sudo nethawks minus d und drei mit den tasten s und r kann man sortieren nach gesendet und empfangen ob die anzeige in byte kilobyte oder megabyte ist kann man durch das drücken der taste m wie marta regeln das war unser powerful screencast ciao und viel glück